Musik Doni liegt auf dem Bauch und ich möchte ihn umdrehen. Dafür gehe ich mit meinem Maulwurf unter seinen Beinen entlang und taufe aus der Erde wieder heraus und lege meine Hand auf seinen Oberschenkel. Mit der anderen Hand greife ich vor seinem Gesicht entlang an den Erbel, an den Arm. Nun brauche ich nur meine Arme strecken und kann ihn umdrehen. Einmal. Eine Hand geht unter die Oberschenkel entlang durch, greift auf den Oberschenkel. Mit der anderen Hand greife ich mir den Erbel, der weg von mir zeigt, und strecke meine Arme und drehe ihn um. Danke. 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 Danke.